Heute ist der 22.12.2018 und heute auf jeden Fall das drittletzte Türchen dieses Adventsgeländers von Matchtags. Boom Leute, auf jeden Fall ist heute Samstag und das geilste ist heute einfach, das Bundesliga ist, das wirklich Bundesliga ist. Ja, morgen ist der letzte Spielstag dieses Jahres, am 14.12. am 14.12. spielt ja keiner mehr. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ja, in einem Weiß gehalten heute, morgen wieder in Schwarz und dann am letzten Türchen in Rot gehalten und heute, ja, würde ich sagen, öffnen wir einfach diese Türchen. Das ist das 2.12. des Adventsgeländers, okay. Es ist wieder ein Spieler von Hoffenheim dabei. Leute, wieder einer von Hoffenheim. Na gut, ich würde sagen, wir lösen das Ganze auf und es ist auf jeden Fall wieder von PSG98 Hoffenheim. Nämlich Adam Stahlein. Der Ungar. Gut, packen wir auf den da drauf. So, zack. Und auf jeden Fall die Bundesliga-Karte ist nämlich von, ja, ein Verein aus NRW, Nämlich Stahlke 04. Ähm, Kolobjanka. Und jetzt. Der Mann aus der Ukraine hat eine 78er-Bewertung. Okay, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Also, Kolobjanka. Ich hätte es zwar eine 82 gegeben, also 81, 82. Ich glaube, das ist ja auch der beste Spieler aus der Ukraine. Kolobjanka. Gut, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall das heutige Türchen. Morgen auf jeden Fall das vorletzte Türchen in diesem schönen Adventsgeländer. Und, ja, ich bin raus. Ich sage bis demnächst. Oder bis morgen. Bis dann. Ja, nach dem. Ha, ha, ha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.